Die Polizei sucht nach einem mutmaßlichen Mörder. Die Ermittler sprechen von Mord. Der Mann hat seine Opfer betäubt und danach ausgehaubt. Das ist einer der Fälle, in dem ich so dieses Gefühl hatte, da ist ein Monster. Menschen sterben gerade. Keiner weiß, wo ist der? Was hat er noch vor? Ein besonders unheimlicher Mordfall in Berlin. Für die Region hier würde man sagen, das ist ein Jahrhundertfall. Das ist ja dieses Schlimme, bewusst zu tun, zu wissen, was er da tut. Ich wüsste nicht, warum er aufhören sollte.